Was ist bei der Weintemperierung? Wäre zu beachten, dass in der Regel in der Gastronomie Weißweine viel zu kalt ausgeschenkt werden. Temperaturen unter 7 Grad Celsius lassen die Geschmacksknospen überhaupt nicht erahnen, was in diesem Wein drin sein könnte. Im Pendant dazu, im Rotweinbereich, der wirklich oftmals viel zu warm serviert wird, Temperaturen über 22 Grad, lassen nur den Alkohol oder die Säure zum Vorschein bringen und berauben den Rotwein seiner Fruchtigkeit und seiner Eleganz. Zum Weinen sollte man auf alle Fälle Mineralwasser anbieten. Es erhöht den Genuss des Weines und die Verträglichkeit des Weines über einen ganzen Abend im Vergleich 1 zu 1 von der Menge her genossen und Sie werden am nächsten Tag wunderbar frisch aufwachen. Adelholzner Gastro Classic eignet sich hervorragend für körperreiche, etwas mildere Weißweine. Gastro Classic Still eignet sich hervorragend für gerbstoffbetonte Rotweine oder auch für säurebetontere Weißweine. Gastro Classic Still eignet sich hervorragend für gerbstoff betonten,